So Leute, Willkommen zu einem neuen Let's Flash, diesmal von diesem Spiel hier, dessen Namen ich nicht aussprechen will, weil ich mich wahrscheinlich voll damit blamiere. Aber diesmal ist es nicht nur für mich alleine, sondern auch für das Let's Flash Turnier von unserem wunderschönen Let's Play Forum. Dazu sei gesagt, ich darf so viele Versuche machen, wie ich will. Ich werde es wahrscheinlich nicht mit dem First 2 machen, weil ich dieses Spiel hier noch nie gespielt habe. Also wird dieses Let's Flash wohl etwas länger als sonst, oder auch nicht, wir werden sehen. Es geht los, los. Und wir hören eine ziemlich geile Intrains Musik, wie ich finde. Und ich würde sagen, ohne jetzt weiter großartig auszuschlafen, legen wir los. Okay. Ähm. Okay, ich weiß noch nicht ganz, was ich machen soll. Äh. Okay. Offensichtlich sind wir auf einem Laufband. Und müssen diesen Dingern hier ausweichen. Yay. Oh, und die Dinger kommen näher und das Laufband wird schneller. Hey. Hat aber so ein bisschen was von dem Jump Run. Ich kann mir vorstellen, dass es später noch unglaublich schwierig wird. Aber wir werden sehen. Ich habe ja auch noch keine Let's Play von anderen Leuten, weil ich das hier absolut blamleit machen sollte. Aber die Musik ist ja mal der Oberknaller. Ich halte einfach mal ein bisschen die Klappe, damit ihr es mal anhören könnt. Aber so, wie es aussieht, hat das Ganze auch ein bisschen was mit Glück zu tun, weil je nachdem, was hinten dieses Rad macht, kommt ja auch ein neues Ereignis. Zum Beispiel kommt das jetzt immer näher, weil ich es nicht ganz angenehm finde. Ich kann mir auch vorstellen, dass... Oh Gott. Jetzt dreht sich das Ganze Ding irgendwie auf. Oh Gott, jetzt wird es anspruchsvoll. Jetzt wird es anspruchsvoll. Deswegen muss ich jetzt noch ein bisschen die Klappe halten. Oh Gott. Was ich aber sehr cool am Charakterdesign finde, ist, dass dieser Dinosaurier einen Hut aufhat. Verdammt. Achso, wir haben noch mehrere Leben. Okay. Dann war es das hier noch nicht ganz. Und es gibt hier natürlich ein absoluter Effekt-Overflow. Was auch sonst. So wie es sich für ein Jump'n'Run im Flash gehört. Okay, jetzt dreht sich das Ding sogar schneller, als wir laufen. Das heißt, es wird jetzt nochmal... Oh fuck. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, wir haben 15.000 Punkte gemacht. Und jetzt werden wir aufgefordert, uns irgendwann mal anzumelden. Das macht man schnell einfach mal nicht. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie gut das ist. Deswegen werde ich jetzt einfach mal schnell nochmal spielen. Ich habe ja mein erstes Leben wohl richtig gut verkackt. Man sollte auch das Fenster aktiv haben. Das wäre so, hallo. Ja, jetzt kann ich mich sterben lassen, komm. Ja, ja. Blablabla. Warum auch immer, der sich jetzt nicht bewegt hat. Eigentlich hatte ich das Fenster aktiv, aber genau meinst. So, jetzt aber. Jetzt ernsthaft der Versuch. Oh, ernsthaft. Oh, ich habe irgendwie das Gefühl... Nee, man muss schon noch ein bisschen mitlenken. Weil sonst werde ich jetzt einfach auf der Stille stecken gehen. Ja, jetzt fangen sie direkt an mit umgekehrt. Das ist natürlich wunderschön. Man kann gar nicht so richtig darauf achten, was im Hintergrund an dem Rad passiert, weil man sich viel zu sehr auf das Jumpen konzentrieren muss. Wobei das Jumpen auch recht gut funktioniert. Okay, jetzt hat es sich wieder gedreht. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Oh, komm, 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 komm. Ui. Hektik. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei, auch wenn ich nicht allzu viel sage, weil das ist echt Konzentration, äh, echt Konzentration, wollte ich gerade sagen. Deswegen muss ich ja auch ein wenig schliller sein. Es geht übrigens, ich glaube, das habe ich nur ganz viel gesehen. Es geht darum, wer unten rechts, ähm, die Funkseis hat am höchsten, glaube ich, ich glaube, ich glaube, das konntet ihr euch schon selber denken, oder? Es war eigentlich vollkommen unnötig, dass ich euch das jetzt gesagt habe. Oh Gott, ich sehe da hinten gerade auf dem Wheel Wind. Und, ich glaube, das wird richtig interessant, wenn jetzt auch noch Wind dazu kommt. Deswegen hoffe ich mal, dass es nicht kommt. Oh, ich glaube, es ist schon dritt. Guck mal, wenn ich springe, dann drücke ich so ein bisschen zurück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Nein, nein. Nein. Oh Gott, wie schnell dreht sich denn bitte das Laufband? Was zur Hölle? Ach, ja, tut. Ich war meine erste Versuch noch der Beste, deswegen, komm einfach nochmal. Das ist doch scheißegal. Wahrscheinlich muss man, um den Punktstand ein bisschen höher zu treiben, immer ein bisschen links rechts rumwatscheln. sobald das schwieriger wird man schon ein bisschen Kalorien verbrannt hat aber das sind auch nur Theorien ich glaube es geht vielmehr darum länger zu überleben wahrscheinlich es ist echt ein Effektgewitter deswegen ist es auch echt schwierig zu konzentrieren aber egal ich kann gar nicht so sehr auf die Anzeigen achten weil man die ganze Zeit damit beschäftigt ist hier irgendwie den Spikes auszuweichen aber mit 15 Meilen pro Stunde geht das Ganze hier eigentlich noch also wenn jetzt natürlich die Laser näher kommen wird es natürlich auch wieder anspruchsvoller die ganze Zeit mit dem Spintime da im Gesicht ist es natürlich auch nicht unbedingt einfach aber jetzt wird es interessant weil es schnell ist und weil es in die andere Richtung geht Leute die viel Jumpman spielen wissen das dass wenn die Dinger von hinten kommen und so ein Laufband gegen die Laufrichtung ist dass es dann richtig an sie ist aber jetzt dreht es uns wieder und zwar gar nicht mal so langsam ich glaube ich bin gut dabei habe ich schon Leben verloren ich glaube nicht oder ich kriege das schon gar nicht mehr mit weil ich zu konzentriert bin das kennt man bestimmt auch wenn man so konzentriert ist dann kriegt man das Spiel an sich gar nicht mehr mit ja das war jetzt natürlich super geil ja komm spring Dino haaaaaaah haaaaaah haaaah haaaaaaah Überspringen, 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 ÜBERHAUPT KEINE HEKTIK, NEIN, ÜBERHAUPT NICHT, WARUM DENN, AUF, ICH HABE MEIN, MINDEST-ZEEL, ER-REICHT, OH, F**K. Ich glaube, das war bis jetzt die beste Runde, ne? Okay. Fenster verschoben. Geil. So. Ja, komm. Eine Runde machen wir noch, weil es gerade sommigste Spaß macht. Es gibt ja eine Lotionierleitung. Ich habe extra nochmal nachgefragt, deswegen beschwere ich euch nicht. Ich habe extra nochmal nachgefragt, ob man mehrere Versuche machen darf. Und sowohl bestätig da man darf und endlich viel machen. Also nicht, dass mir jetzt irgendwelche Leute ankommen, die sagen, ÖH, das ist ja voll unfair, dass du so viele Versuchen machst. Ich darf es. Ich habe extra nochmal nachgefragt. Es ist natürlich sehr geil, dass ich jetzt direkt damit anfange, dass ich gegen das Laufband arbeiten muss. So. So. Aber, ÖH, jetzt bin ich natürlich schön in den Spike reingerannt, das ist ja geil. Ich glaube, die Runde davor hat mich mürbe gemacht. Deswegen würde ich sagen, ich habe jetzt gut 10 Minuten aufgenommen. Ich würde sagen, das reicht. Und. Mein Punktestand ist irgendwo bei 20.000. Ich werde es noch ein paar unten reinschreiben und auf das Let's Play vorumschreiben, damit ihr euch nicht unbedingt das ganze hier antun müsst. Das kommt jetzt an in den Videos, das ist eigentlich nicht so clever, aber egal. Ich würde sagen, das war's für das Let's Flash Turnier für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.